Die Berliner Feuerwehr ist die älteste und größte Berufsfeuerwehr Deutschlands. Seit ihrer Gründung im Jahr 1851 unterliegt sie einem ständigen Wandel, der sowohl durch die gesellschaftliche als auch technische Entwicklung beeinflusst wird. Auch 2017 steht die Feuerwehr vor großen Herausforderungen, um ihre Aufgaben zum Schutz der Bundeshauptstadt mit rund 3,7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern sowie der zahlreichen Gäste in gleichbleibender Qualität sicherstellen zu können. Getreu dem Grundsatz, mit Blick in die Zukunft aus der Vergangenheit lernen, werden auch die kommenden Jahre durch weitere wesentliche technologische und strukturelle Veränderungen geprägt sein. Der Rotary E-Club Berlin Global hat sich der Sache angenommen und wollte mal ganz genau im Detail wissen, wie das alles funktioniert. Per Kleist war so nett, uns das alles zu zeigen.